hallo und herzlich willkommen zurück zum hooker café simulator ja ich nehme das hier in einem lauf durch mal auf wollte ich das spiel glaube ich ganz interessant finde so wir sind ja tag drei und hier flattern die kunden nur so rein ich könnte ausrasten so steigern sie energie das wissen wir nun ok kunde so kunde holen können wir da jetzt irgendwie wir brauchen tische was will er denn haben tabak karamell haben wir haben wir machen die scheiße fertig machen wir weg hier wir wollen die schichter sagt kohle sagt und tabak karamell sagt wunderbar wunderbar das kommt jetzt hier aufs tablet sie können die schicht ja nicht über was ich habe keine kohle oder was aber ich habe da kohle reingelegt das wird kohle es gibt noch kein tabak in der schichter ich hatte der tabak drinnen du alte pfeife ich hatte der tabak drin sagt blubbert ihr ihn ab wenn er wollt so arbeitsstation ich brauche ich brauche noch ein bisschen stuff normalerweise ich brauche noch ein bisschen stuff wir bestellen noch was nach bei aliexpress hat kosten hier so ein ich brauche noch ein tisch ich brauche ich brauche ein tisch so tabak pflanzen holen wir mal hier das andere haben wir eigentlich nur wie sieht denn das aus hier mit wieso habe ich nicht allerdings geschäfte hat ihr der dinge was amazon der mit stühle etwas ist mit dem machen die jetzt heche prellen oder was ich verstehe das nicht haben die jetzt bezahlt oder nicht nicht glaubt nicht ne was will der kopf was ist mit dem er checken oder was ach da ist das geld okay okay dann ist gut dann ist so next one bitte nicht online bestellen kunden kann hierhin was hast du denn tabak milch habe ich ne das ist ja banane vollständig kurz erstmal warum nimmt er immer gleich weil ich will erst mal die schicht haben dann will klick tabak milch schicht ja ist bereit junge er zeigt den dreh raus wo ist denn jetzt hier hallo kein kunde mehr da wo ist der kunde hin dieser bescheißen mich hier aber gut wir haben 89 dollar gefällt mir wie kann ich das ja alles eigentlich löschen dann ist raus ich würde ja gerne die schicht hier mal fertig machen ok ok gut 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 hat sich erledigt die hat sich verpasst tolle scheiße er hat mich ein bisschen nicht schon ein bisschen das ärgert mich ganz gewaltig da waren die tabakpflanzen und so haben wir alle das ist jetzt hier kommt da mal einer hier schichter qualm oder wat geht denn das mit dem tisch eigentlich ich würde jetzt gerne tisch bestellen das wäre mir doch ganz lieb was haben wir jetzt oben hier vielleicht bei deko kein tisch lesen hier vielleicht hier müsste eigentlich ein tisch sein ich verstehe nicht ganz okay 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 vielleicht bei gibt es hier möglich sei jetzt selber wo ist mein scheiß hier grunde setzen wir ihn an den tisch start tabak milch schon wieder kriegste ist okay problem für uns mann und schon wieder ich das scheißzeug in hand ne falsche shisha ist ready gut darauf hier bamselt und los gehtet bitte viel spaß jetzt kann ich nämlich die schichter nehmen und wieder löschen steigern sie ihre energie ich werde mal kurz gucken kommt der nächste wo haben wir denn hier wo war denn diese bäckerei die ist da hinten 50 energie deswegen es ist mau ist richtig mau wir gehen wir gehen da mal kurz rein das ist doch hier keine bäckerei wo bin ich denn jetzt da hinten ist denn da die bäckerei sag mal hier okay bloß weg hi ja danke krieg mach hin scheuert oder was ich habe ja nur ein eigener land online bestellsystem einschalten nein nein ihr schafft jetzt sei es ihr dank mein gott was hier los leute leute man hört doch auf ich will es gut ok kunde hat kein bock gut kunde was will er haben tabak milch recht da sagt weg die scheiße ich will das nicht haben sagt tabak milch schießt ready wie in ich brauche unbedingt ein tisch immer noch wie krieg online bestellsystem macht immer ein bisschen luft hier ne ich meine wie sollten ihr arbeiten ratten geschäft wir müssen noch mal kurz gucken ebay ich gucke jetzt alles durch ne kameras hier sind auch kameras hier oben irgendwie ich brauche einen tisch man ich habe hier nur stühle muss ich das hier irgendwie erweitern ihr upgrade 70 dollar hier ist ein tisch table und jetzt muss ich dings bestellen stühle aliexpress ich mache zwei stühle mal sonst gibt mir die kohle aus so wir haben auf jeden fall einen zweiten tisch aber wir haben noch keine stühle wo ist mein geld der penner der war am dampfer ohne erwischen wir noch das ist eine er hier ist er nicht ratte dreckige ratte ich kacke euch in den hals ja was wollt ihr ja der ist noch nicht fertig war zeug machen tabak karamell habe ich nicht doch habe ich logisch habe ich das sag jetzt geh mir aus den augen ganz rastig aus hör auf die scheiße immer zu nehmen und hört auf wie die beschissene zeche zu prellen was will er denn jetzt junge was willst du verpfeift er ich muss noch kurz gucken erstmal sauber machen weil er kann ja eh den tisch noch nicht verwenden also wollte die nächsten kunden ja noch gar nicht bedienen wir sind hierhin wo ist mein package na endlich junge die dauert kohle fehlt wieso fehlt kohle da fehlt nichts kohle wird aber die haben bezahlt ja leute lasst mich doch erstmal die stühle hinstellen schnell den karton rausbringen ist schon wieder achte kurz vor acht ja kein wunder wird so dunkel scheiße jetzt wo es so gut läuft ich bin on my way so was haben sie denn ich brauche vier stühle jetzt hören wir mal auf tabak karamell ok wieder die scheiße hier auch bei tabak karamell ne also ich muss ich muss nur kohle fehlt die fehlt gleich von anfang an wie kann man das machen ok ok ich hab hier kaum licht ne so ich muss stühle bestellen stühle ich brauche noch zwei warte mal ich nehme hier noch fünfe so da ist nicht mehr viel drin ist so dunkel hier habe ich kein licht oder was so danke schuftet durch ja wie ja gut tabak milch die ist hier unten habe ich davon noch genug nicht mehr viel ne ich muss auf jeden fall aber erfährt ich gleich eine ganze menge an kunden ab er fertig gleich eine ganze menge an kunden ab muss ich sagen 101 dollar ist schon mal sehr schön dann können wir doch hier eigentlich milch man tabak milch wir brauchen wunderbar wir haben neue tabak milch schön ich mache das mal hier aus ich mache dann noch den laden dicht hier war was ist denn das und trinkt geld wow f um zu reinigen so und nächsten tag haben wir dann nämlich auch noch zwei tische den nehmen wir gleich mit hier da finde es ist ein uhr scheiße wir müssen auf jeden fall denn das bin ich nicht fit aber spiel ist geil macht mir laune so wir haben tisch fertig zweiten sie können das online bestellsystem vom computer einschalten und ausschalten ja leck mich ich will jetzt nicht online wir müssen gerade mal unseren dings zum laufen bringen ist jetzt ist noch offen ne noch mal zu hier wir machen schnell sauber no problem ja dann werden wir das einmal das online system ein und ausschalten für den kollegen weil er es ja unbedingt möchte so hier mache ich zu ich habe ja noch tabak getrockneten aber jetzt haben wir guck mal 151 dollar ist schon gut ist schon gut damit können wir was anfangen könnten sogar noch eine shisha nachkaufen vielleicht zur not aber bringt gar nichts wir haben ja nur zwei tische ne ne warum leuchtet denn der besen rot manche gegenstände haben einen von tag zu tag kürzeren lebensdauer und müssen in einer werkstatt repariert werden andernfalls ja ok ich verstehe schon das heißt ich muss da zur werkstatt ne und mir im besen ja toll schön Junge was ist hier los hallo hey was ist bedient mich hier jemand ratten gut dann müssen wir einen besen bestellen müssen wir einen besen bestellen wir können auch gleich mal gucken was noch so ein upgrade kostet für so einen tisch vielleicht noch gleich einen zweiten tisch da holen erstmal geschäft aliexpress ist für uns da besen surfen so was kostet denn ey wir brauchen auch eine bessere shisha ne kugelrauch shisha ja wir wollen es nicht gleich übertreiben ne ach guck mal die 20 dollar dings haben wir nicht mehr ne upgrade so das sind ja alle kaffeemaschine fritteuse kühlschrank alter was kommt hier alles ne verkauf es wie verk verkauf es für 30 doch man kann kein weil also man muss jetzt hier weiter gehen achso guck mal wie viel dings die wir kaufen können jetzt verstehe ich dann kommt hier noch ein sofa also so verbessern wir das stück für stück warte mal jetzt habe ich das sofa gekauft jetzt werden wir noch eine shisha dazu holen genau so wird es so wird es sein so jetzt mache ich das ding auf ich brauche kohle du ach der online bestell scheiß ja online bestellding ein aus nachdem sie mahlzeiten auf das tablet tablet gesetzt haben können sie mahlzeiten über das tablet packen ich will nichts vorbereiten jetzt hier ich habe auch in vorbereitungszonen ich habe noch nichts zu fressen ich will doch erstmal mich noch mit den shishas hier ich muss die reparieren ne fällt mir gerade auf die hatten richtig roten balken da gehabt oder hier okay man muss es reparieren bevor es kaputt geht bevor es kaputt geht natürlich natürlich aber es löst sich halt dann auf ich dachte vorher das wäre so es ist dann halt kaputt man kann es nicht mehr benutzen so habe ich gedacht so das heißt wir machen die mal dahin die ist noch gut eigentlich die ist noch richtig gut aber die wird auch nicht ganz ganz ne die machen wir mal wieder an da kommt schon der erste ja dort haben wir ihn hier eigentlich da ist der besen der ist ziemlich schnell der besen so das muss die shisha sein yes die bessere gut die erste kunde was will er haben hier komm rein hier du hast hier überall tische frei setzen wir mal dahin er will tabakkaramell wo waren die scheiße hier tabakkaramell kannst du haben soo wo ist ne ach der hätte ja die neiger zeichen gesetzt muss man gucken wegen der kohle ne wär schön wenn ihr mich durchlassen würdet der mann da hinten braucht noch kohle kohle fehlt zack jetzt kann er nur die durch qualmen dahin wir können doch die durchpuffen war die scheiße so kundenbestellung so den etwa hier vorne ach wo nicht schlecht guck mal her du kriegst du die shisha wir brauchen noch kohle nimm die only kohle da raus so wo ist ne wo ist ne tabakbanane haben wir noch gar nicht gehabt ne verstehe ich gar nicht ist unser bestseller ein angestellter wär gut eb mal alle beiseite ich brauch die kohle vorsicht heiß ja jetzt kannst du auch an die abdämpfen nimm ne problem ist scheiße warum ihr ihret mal aus dem weg sonst fällt hier lang dann pissig problem ist wir brauchen wirklich äh wie kohle fehlt immer noch ey hör auf hier wird nicht da kann auch wieder kohle rein ich flipp aus wir haben fünf stücke hier warte mal hat die bezahlt hat sie nicht ich kicke ihr in den arsch älter ist das hier die wohlfahrt was soll denn ditte gib mir meine kohle mann sobald die den laden verlassen hat ist vorbei ich könnte ausrasten wirklich die sollen bezahlen ratten scheiß ratten dann kann ich ja eigentlich noch die dampfende tabak scheiße dazu geben ja ja da fehlt tabak ich weiß so eine sekunde sagt besetzt kommst dahin tabak milch haben wir glaube ich noch da acht die wollen zusammen da ist ja nur probleme ach ja ich habe der tabak milch neu gemacht so ja niemals geht ihnen den tabak aus halt dein maul ich habe doch schon dafür gesorgt schicht ist bereit schicht ist bereit hat der bezahlt die geben mir keine kohle ne blöden stinkenden ratten ja ja okay legt den müll dahin ich brauche erstmal die kohle sorry about that was macht der da kohle ist auch mau ich muss da hinten die shisha wegräumen ich hab auch kaum noch energie ne ich musste der bakery die gleich gegenüber ist kaum noch energy bitte bezahlen die bitte bezahlen die es sich raus rennen ohne zu bezahlen ist fakt ab ich brauche schläger oder sowas habt ihr bezahlt ich glaube euch zusammen wenn da keine kohle liegt gott sei dank und trinkgeld und trinkgeld okay das lobenswert so kollege was ist los was willst du haben du kommst da hinten auf dem vip platz tabak milch kannst du haben kriegst du hier mach doch mal hier die scheiße jetzt weg das kommt da hin tabak milch kohle shisha ist bereit weiß ich kohle ist hier ordentlich am dämpfen wenn du nicht bezahlst reiß ich dir den arsch auf junge kommt noch mal hier da fehlt keine kohle mach dir keine sorgen da ist alles gut wir müssen noch kohle nachbestellen ich werde kohle nachbestellen gleich fünf mal oder so kann ich eigentlich tüte kaufen tüte kaufen tabak milch alles so ein bisschen ne ist denn alle zu ihrer zufriedenheit ja alles schön alle gut hat ihr mundet schön alter der hat die aber ordentlich trinkgeld gelassen das ist lobenswert das ist wirklich lobenswert ey das läuft leute das ding läuft scheiß war ich nie hingestellt da gut gut ganz 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 sehr schön was kommt jetzt darin da kommen ja ganze meute was wollt ihr alle hier hallo bitte raus aus meinem laden so zack kommt da hinten in die ecke da was wollt ihr haben tabak karamell oh lange nicht mehr hier ne tabak karamell gehen die alle drei ja die gehen alle drei die kriegen die jute shisha wir haben keine kohle guck mal her hier so so tabak karamell ne war das letzte ne wir haben kein tabak karamell mehr das ist schlecht gut ich kann ja auf jeden fall noch welche machen kohle fehlt auf keinen fall fehlt die kohle die ist da ich werde mal ein bisschen karamell dings machen sag ich mal her wie waren das nochmal karamell so karamell dings das ist ja easy so sirup und tabak ne zack lass mich weg hier hier in die küche kommt keiner reden so was ihr mit was da wird sein tabak milch wunderbar die haben bezahlt alles schön hat ja sehr schön schön dass sie zufrieden waren was ist denn hier das nicht drin doch wir räumen nur schnell die shisha da ab die haben glück die kriegen gleich die so was wollten die jetzt haben scheiße was wollten die jetzt haben die kohlen tabak milch tabak milch tabak milch tabak milch ist doch kein problem man die kriegen doch ihre tabak milch man 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 wir wollen doch dass die kunden zufrieden sind hier erstmal durch zum tabak da fehlt keine kohle draußen ist noch die kiste mit kohle ne was ist mit dem las macht das weg hier muss den loswerden raus raus man knallt so nächster bitte kommt da hinten in die ecke tabak karamell wo sind die tabak karamell habe ich nicht mehr doch doch hier die haben bezahlt wunderbar so lobe ich mir das alter trinkgeld ohne ende ne so wir machen dann aber auch langsam dicht ne weil äh geht das mal an der laden ja der boomt so die kriegen dann auch die jute shisha aber tabak karamell wollten die und ordentlich kohle ruft so ihr habt die judenplätze ja zu viert hier natürlich ne kriegt aber den judenplatz ist doch klar so jetzt gibt es noch ordentlich einen schub kohle wunderbar hä stell dir ordentlich herauf so das langt ja auch jetzt brauche jetzt nicht mehr hier ähm machen wir da nochmal die andere shisha als vorbereitung die sind zufrieden und wir können von draußen jetzt erstmal die kohle rein holen haben wir da alles geholt ach das waren die ganzen sirup dinger noch ne ja stimmt ich muss aufpassen ob die bezahlen ne ok ok sehr zufrieden ist ja gut sie brauchen nicht schubsen nicht drängeln alles ist gut 327 ist schon gut gefällt mir sehr gut so den müll bringen wir dann raus irgendwann 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 wenn es mal soweit ist so die shisha ist noch eigentlich ziemlich gut in Schuss wir müssen auch hier drinnen sauber machen äh junge der laden ist zu ich werde dir um 1.15 Uhr nichts mehr machen sorry ja da brauchst du den daumen nicht runter machen weil was soll das lassen wir doch hier nicht verarschen ist jetzt egal wir bringen die kisten einfach nur schnell rein genau sehr schön wunderbar das ding läuft ja hier so genau gut wir haben den dreh raus hier oben ist doch closed wir haben den dreh raus und das nächste mal in der nächsten folge werden wir dann erstmal den schuppen sauber machen dann werden wir vielleicht noch ein paar upgrades machen und noch ein bisschen zeug nachkaufen 327 dollar okay aber erstmal müssen wir sauber machen also ich hoffe leute es hat euch gefallen ich hoffe es hat euch spaß gemacht ich hoffe ich konnte euch unterhalten und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder macht's gut haut da rein und ciao